Die Zuspitzung der Lage in der Ukraine kommentiert jetzt Georg Restle vom Westdeutschen Rundfunk. War da was? Ach ja, hatten wir ganz vergessen. Ein Krieg in Europa, den gibt's ja auch noch. Fast 5000 Tote, rund eine Million Vertriebene und täglich neue Kämpfe. Hatten wir von der Tagesordnung gestrichen, wir hatten ja Pegida. Jetzt also Mobilmachung, Offensive, Gegenoffensive und ein Flughafen, der in Schutt und Asche liegt. Die Bilder aus Donetsk erinnern uns daran, hier gab es nie Frieden, nur verhärtete Fronten. Von wegen Waffenstillstand, von wegen Frieden. Moskau will den eingefrorenen Konflikt, Kiew eine möglichst schnelle militärische Lösung. In der ukrainischen Regierung haben die Falten die Macht übernommen und das heißt nichts Gutes. Nicht für die Menschen im Donbass, nicht für den Frieden in der Ukraine und nicht für eine neue Friedensordnung in Europa. Apropos Europa. Außer Sanktionen fällt der EU offenbar nur wenig ein. Es scheint fast so, als habe man sich auf den Zuschauerrängen bequem eingerichtet, als verfolge man ein Fußballspiel, bei der man der eigenen Mannschaft die Daumen drückt und nur dann wild protestiert, wenn der Gegner faul spielt. Dass das Europäische Parlament der ukrainischen Regierung ausgerechnet jetzt seine uneingeschränkte Solidarität ausspricht, macht wenig Hoffnung. Uneingeschränkte Solidarität, das hatten wir schließlich schon mal. Und wohin das im Irak und in Afghanistan geführt hat, das wissen wir heute. Nein, die Ukraine braucht jetzt ganz sicher keine uneingeschränkte Solidarität. Sie braucht kritische Partner. Partner, die die jüngsten Berichte der OSZE ernst nehmen, wonach beide Seiten den Konflikt eskalieren lassen und wonach beide Seiten dafür verantwortlich sind, dass der Krieg in die Wohnhäuser von Zivilisten getragen wird. Denn dieser Satz gilt weiterhin, wer die von Russland unterstützten Separatisten zu Recht kritisiert, der muss auch der ukrainischen Regierung in den Arm fallen, wenn Zivilisten Opfer eines Krieges werden, der im sinnlosen Kampf um einen in Trümmern liegenden Flughafen seinen absurden Höhepunkt erlebt. Wäre nicht so viel Blut geflossen und wäre das alles vor einem Jahr geschehen, die Freude im Parlament der Ukraine und im Europäischen Parlament in Straßburg wäre ungebrochen. Denn in beiden Parlamenten wurde heute zeitgleich das Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der Europäischen Union verabschiedet. Das ist genau dieses Assoziierungsabkommen, das vor einem knappen Jahr die gefährliche Krise zwischen Russland, der Ukraine und der EU ausgelöst hat. Und noch etwas wurde heute in Kiew beschlossen. Ein überraschend weitgehendes Autonomiegesetz für die Verwaltungsgebiete um die Städte Danetsk und Luhansk, beide gezeichnet von Zerstörung und immer wieder aufflammenden Kämpfen. Dort herrschen die pro-russischen Separatisten. Ist das alles zusammengenommen nun der Schlüssel, um die gefährliche Krise im Osten Europas beizulegen? Birgit Firnig. Der Maidan heute Abend. Die Leute haben sich zu einer Mahnwache eingefunden. So richtig freuen will man sich nicht über die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU. Und das, obwohl man hier genau dafür monatelang gekämpft hatte. Die Stimmung ist verhalten. Dabei hatte alles so gut angefangen. Martin Schulz zugeschaltet aus Straßburg in die Radar in Kiew heute Morgen. Zeitgleich stimmen Abgeordnete im Europaparlament und in Kiew für das historische Freihandelsabkommen. Vorgesehen ist zunächst nur die politische Annäherung. Auf Zölle soll erst Anfang 2016 verzichtet werden. Die Verzögerung ein Zugeständnis an Russland. Keine Nation hat so einen hohen Preis gezahlt, um europäisch zu werden wie wir, erklärt Präsident Poroschenko. Wie hoch der Preis ist, den die Ukraine für diese Annäherung an Europa zahlt, wird erst klar, als die Bedingungen eines weiteren Abkommens bekannt werden. Das hatten die Parlamentarier zuvor in einer Geheimabstimmung verabschiedet. Das Gesetz räumt der Konfliktregion Donbass einen Sonderstatus ein. Neben dem Schutz der russischen Sprache sieht es Rechte vor, die heftig diskutiert werden. Die Stärkung der Selbstverwaltung, eigene Wahlen, das Recht, Volksmilizen zu gründen und eine weitgehende Strafbefreiung pro-russischer Separatisten. Als abgestimmt wird, protestieren draußen Anhänger der nationalistischen Svoboda-Partei. Viele Abgeordnete fühlen sich von der Abstimmung überrumpelt. Auf der einen Seite haben wir diesen großen historischen Moment, auf der anderen Seite so ein falsches Signal. Wir geben mit diesem Gesetz Banditen und Kriminellen eine Amnestie. Dieses Gesetz ist kein Friedensabkommen. Das kommt einer Kapitulation an Putin gleich und wird am Ende zu weiterem Blutvergießen führen. Viele in Kiew sehen in dem Gesetz die Gefahr einer schleichenden Abspaltung der Ostukraine. Putin-Kritiker interpretieren es als einen Sieg für Putin. Es entsteht so ein de facto Protektorat innerhalb der Ukraine, das Russland steuern kann. Das wird die Ukraine wieder stärker an Russland binden. Auf dem Maidan heute Abend gemischte Gefühle. Ich finde diese Zugeständnisse an die Ostukraine unakzeptabel. Viele sind wie Helden im Kampf gegen diese Terroristen gestorben. Wie kann man deren Müttern in die Augen sehen? Auch wenn der heutige Tag vielleicht die Chance auf Frieden gebracht hat, so zeigt er auch, wie schwer es ist für die Menschen in der Ukraine, wieder zueinander zu finden. Und was uns jetzt natürlich interessiert, Gerhard Gressler in Moskau, war es denn vorherzusehen, dass Teile der Ostukraine, wir haben es ja gerade schon gehört, die von den Separatisten doch beherrscht werden, plötzlich eine so weitgehende Autonomie zugestanden bekommen. Naja, das war schon sehr überraschend, also vor allem, dass die Rechte so weitgehend sind. Es geht ja nicht nur um den Schutz der russischen Sprache oder um eigene Wahlen, die dort in der Konfliktregion zukünftig durchgeführt werden sollen. Es geht um weitgehende Selbstverwaltungsrechte. Und insbesondere die Errichtung einer eigenen Volksmiliz zeigt, wie weit dieses Gesetz geht. Die Abgeordneten selber jedenfalls waren heute überrascht davon. Das Gesetz stand zwar auf der Tagesordnung der Radar, aber worum es da eigentlich gehen sollte, das wussten die Abgeordneten nicht. Und dementsprechend waren sie auch im Anschluss an diese Abstimmung empört. Wichtig ist, dass es bei diesen Gesetzen heute noch nicht um ein endgültiges Gesetz geht, sondern um eine Art Rahmengesetz. Das heißt, die Frage, ob es sich hier künftig um einen Autonomiestatus der Regionen dann jetzt in Lugansk handelt oder schon um eine weitgehende Unabhängigkeit, das hängt dann doch sehr von der konkreten Ausgestaltung dieses Gesetzes ab. Georg, wenn Sie jetzt einfach mal einen Strich unter den heutigen Tagen machen, was sich da alles so getan hat. Hat Putin seine Ziele weitgehend erreicht oder nicht? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Zumindest wenn man den Anhängern der Svoboda-Partei oder auch den Anhängern der Partei der ehemaligen Regierungschefin Julia Timoschenko heute zugehört hat, dann klang das schon sehr nach einem Sieg Putins. Aber die Wirklichkeit ist wahrscheinlich komplizierter. Man darf ja nicht vergessen, dass heute immerhin auch das Assoziierungsabkommen abgestimmt wurde oder ratifiziert wurde. Und selbst wenn der Freihandelsteil erst mal aufgeschoben worden ist, muss man doch feststellen, dass das sicher nicht im Interesse Putins war. Hier kann man also ganz sicher nicht von einem Sieg Putins sprechen. Vielleicht ist es so, dass man sagen könnte, dass eigentlich heute zumindest vorläufig die Menschen in den Konfliktregionen gewonnen haben. Zumindest dann, wenn diese Gesetze dazu führen, dass die brüchige Waffenruhe einigermaßen hält. Ob es zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine führen wird, daran mag ich nicht glauben. Zumindest wenn man sich die Statements heute der Separatisten, der pro-russischen Separatisten angehört hat, die ja weiterhin fordern, dass die Konfliktregionen quasi unabhängig werden sollen. Mit anderen Worten, der Konflikt scheint heute eher eingefroren und damit jederzeit wieder entflammbar. Vielen Dank, Georg Ressler, nach Moskau für diese Einschätzungen. Das war die Krise in der Ukraine. Aber die andere, auch lange unterschätzte Krise, das ist die im Irak. Amerikanische Kampfjets bombardierten heute zum ersten Mal Stellungen der Terrormiliz vom islamischen Staat bei Bagdad. Auch das ukrainische Militär terrorisiert die Zivilbevölkerung. Es trägt den Krieg mit Artilleriefeuer in Wohn- und Schlafzimmer. Es nimmt kaum Rücksicht auf die Not der Menschen und auf deren Leben offenbar noch weniger. Dies kann, dies darf Europa nicht dulden. So wie Moskau mitverantwortlich ist für eine Soldadeska, die Unschuldige entführt, foltert und mordet, so tragen Europas Regierungen Mitverantwortung für das rücksichtslose Töten einer Regierung, der sie selbst zur Macht verholfen haben. Deshalb braucht es jetzt eine klare Botschaft an die Machthaber in Kiew. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung muss beendet, der Artilleriebeschuss von Wohngebieten sofort eingestellt werden. Wenn nicht, macht sich Europa mitschuldig. Dann sind die getöteten Zivilisten im Häuserkampf von Donetsk oder Luhansk auch unsere Töten. Untertitelung des Zivilisten